Wir sind immer noch auf der ersten Seite von Schlechtretter Prognose Depression. Die Schauerneigung heut zur Abwechslung mal gering, obwohl das Niederdruckgebiet mich schon schwer umfing. Wenn der morgendliche Nebel endlich lockert sich, dann quäl ich mühsam aus dem Bett mich. Erst beim wohlig warmen Kaffee und Zigarettendunst, ich dann wieder zu glauben anfangen an eine Tagesgunst. Ja, also da habe ich natürlich wieder künstlerisch interpretiert, ein wirklich schlechtes Wetter. So, was meint die mit der Schauerneigung? Natürlich meistens weinen Depressionskranke, wenn sie noch können, viel, vor allem morgens. Und es drückt sie nieder, also das Niederdruckgebiet ist wirklich so was von niederdrückend, dass es schwer ist aufzustehen, okay. Irgendwann dieser Gedankennebel oder dieses Betäubtsein oder das, ja der Tag hat begonnen und man wird klarer und wacher und man wird sich bewusst, man muss aufstehen. Dann lockert sich also dieser Nebel und man quält sich wirklich mühsam aus dem Bett. Viele Depressionskranke treten die Flucht der Welt mit dem Schlafen und im Bett liegen und mit der Untätigkeit an. Also es ist eine Flucht aus dem aktuellen Zustand, der sie so niederdrückt. Erst beim wohlig warmen Kaffee und Zigarettendunst, ja ganz viele natürlich, sind Süchten verfallen. Egal ob es jetzt Zigaretten sind, ob es am Abend der Alkohol oder über den Tag verteilt schon der Alkohol ist und ich nehme mir das Blatt nicht, ich nehme mir das Blatt vom Mund, so muss ich es sagen, auch von den Medikamenten. Wobei sie nicht verteufeln, bitte. Es gibt Punkte in so einer Talsohle, da braucht es diese Medikamente, damit der Mensch nicht in seinem, ich sage jetzt, Wahn sich nutzt, selbst verletzt oder das Leben wegwirft. Und dann globt man wieder so langsam, wenn der Nebel sich lockert hat, an diesem Tag, der da kommen mag. So, und jetzt möchte ich ganz kurz spirituell was einwerfen. Dieser Zustand, in dem man ist, ist sowas wie ein Denkfehler. Man befindet sich in der Identifikation von etwas, was nicht mehr ist. Und wenn man so den letzten Satz sieht, man glaubt ihm wieder einer Tagesgunst, dann wünscht man sich vielleicht sogar etwas zukünftig, was nicht da ist, weit entfernt, Fiktion, Vision, etwas eben nicht dem Jetzt entspricht. Also ist man eigentlich in der Identifizierung von allem, außer dem Jetzt, außer dem, was Jetzt ist. Und wenn wir davon ausgehen, von der These, ich rede jetzt von einer These, dass man nur im Jetzt kreieren, könnt ihr euch vorstellen, wie es dem Morgen geht und übermorgen. Also wirklich ein Kreislauf, der abwärts geht, beziehungsweise fortlaufend so geht und sich in diesem Zustand schwer ändert, außer man ändert was. Also gut, das war sehr schwierig, weil ich sage das alles aus dem Bauch raus, Fiktion, ich schreibe keine Skripten, ich tue mich nicht vorbereiten, sondern das kommt echt komplett aus dem Herzen, aus dem Bauch raus. Und das ist das einzig Authentische und Wahre für den Augenblick. So, und bleibt dran, ich erzähle euch noch mehr über dieses Buch, nämlich, da gibt es auch etwas, was ich schwer bereue. Davon erzähle ich euch auch.